Hallo, in 2. Chronik 32, Vers 5 steht, und er, nämlich der König Hiskia, fasste Mut. Die Situation war schwierig. Der mächtige König von Assyrien hatte acht Jahre vorher das Nordreich, die zehn Stämme Israels, erobert und die Israeliten deportiert. Er hatte auch viele andere Reiche erobert. Und nun, im Jahr 713 v. Chr. kommt er mit einem Riesenherr nach Judah und will auch Judah erobern. Er belagert gerade Lachis, die zweitgrößte Stadt Judas, 44 km von Jerusalem entfernt. Und es ist klar, er wird auch nach Jerusalem kommen wollen und das erobern wollen. In ein oder in zwei Tagen könnte er da sein. Hiskia weiß, dass seine Heeresmacht viel zu klein ist für diesen Feind. Panik oder Flucht wäre verständlich. Aber nein, da steht, Hiskia fasste Mut. Ich musste denken an so manche schwierige Situationen in meinem Leben. Was für ein Unterschied ist es doch, ob man in Panik gerät oder Mut fassen kann. Das ist wie Nacht und Tag. Wie viele schlafarme Nächte gab es, weil ich diesen Mut nicht fassen konnte. Hiskia fasst Mut und baute die Mauern überall wieder auf, steht in Vers 5. Offensichtlich waren die Stadtmauern Jerusalems in einem erbärmlichen Zustand. Viele eingestürzte Stellen. Hiskia repariert. Er geht es an. Er baut sogar eine zweite Mauer außen und andere weitere Befestigungsanlagen. Er macht viele Wurfgeschosse, steht da. Und er macht viele Schilde. Und er teilt die Leute in verschiedene Truppen ein. Er stellt über die Truppen kriegs erfahrene Männer. Und dann Vers 6 versammelt er das ganze Volk zu sich und spricht ihnen Mut zu. Vers 7. Seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist. Hiskia redet nicht nur den anderen gut zu und haut dann selber ab. Nein, er ist mittendrin in dieser Sache. Er könnte noch fliehen. Er tut es nicht. Er hat Mut gefasst. Warum? Das steht am Ende von Vers 7. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Vers 8 erläutert das. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm. Mit uns aber ist der Herr unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias. Der Mut des Hiskia kommt nicht aus seiner Weisheit, nicht weil er die Mauern ausbessert und sich auf den Kampf vorbereitet. Sondern einzig und allein, weil er sich auf Gott verlässt. Und mit seinem Mut kann er das Volk anstecken. Sie verlassen sich auf ihren König und damit auf Gott. Hiskia ist nicht datenlos, bei weitem nicht. Er bereitet sich vor auf den Kampf. Aber er weiß, das eigentlich Entscheidende ist Gottes Wirken. Und Gott hat für ihn gekämpft. Aber das weiß Hiskia noch nicht. Zuerst einmal ist die Sache schlimmer geworden. Denn Jerusalem wurde wirklich belagert. Und Hiskia weiß nicht, wie es weitergehen wird. Er weiß nicht, wie die Sache ausgehen wird. Aber er fasst Mut im Vertrauen auf Gott. Gerade jetzt wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Eigentlich wissen wir das nie. Aber jetzt wird es uns besonders deutlich. Wir dürfen arbeiten, uns vorbereiten, das ist gut. Aber das Eigentliche ist Vertrauen auf Gott. Und da können wir immer Mut fassen. Einen vertrauensvollen Tag.